hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit dabei seid wie immer zu beginn des monats machen wir heute zusammen mein what i read next video meinen subabbau vorantreiben und ihr dürft mal wieder bestimmen welches buch ich im november lesen werde ich habe mir gedacht weil ja gerade die buchmesse war und weil ich mir genau vier bücher auf der buchmesse gekauft habe dass wir jetzt einfach ein what i read next buchmesse spezial machen ihr wisst ich liebe diese spezialausgaben und da bin ich irgendwie noch motivierter das buch zu lesen als ohnehin schon das buch im oktober für das ihr gestimmt hat war übrigens a place to grow von lilly lucas und ja ich habe es gelesen ich habe es gelesen und wie ich es gefunden habe das erfahrt ihr natürlich wie immer im lesemonat ja aber um den soll es heute nicht gehen heute soll es nämlich um den monat november gehen ich habe hier wieder vier tolle bücher vier tolle buchmesse bücher die ich euch vorstellen möchte ich denke ihr habt sie jetzt schon mehrfach in meinem videos gesehen aber es passt halt thematisch einfach so gut und ich finde irgendwie den gedanken ganz cool dass ich mir vier bücher gekauft habe alle vier lesen möchte auf alle vier bock habe aber mich sowieso nicht entscheiden kann und deshalb euch den schwarzen peter zuschiebt welches buch ich zuerst lese bin ich schlau oder bin ich schlau ich würde auch sagen ich starte direkt mit dem ersten buch dass da wäre meeresglühen von anne fleck das ist allerdings der zweite band der reihe das heißt wenn ihr für dieses buch stimmt nötigt ihr mich quasi noch mal dazu ein weiteres buch zu kaufen nämlich band 1 und das noch vorab zu lesen das heißt wenn ihr für meeresglühen 2 stimmt stimmt ihr quasi gleichzeitig für meeresglühen 1 mit ab und ich muss noch zwei bücher lesen ihr habt es in der hand ihr wisst es weil ich so super gut vorbereitet bin habe ich jetzt natürlich noch mal aufstehen müssen mein handy holen denn ich lese euch natürlich nicht den klappentext zu band 2 vor es ist halt eine fortlaufende reihe nein ich lese euch den klappentext zu band 1 vor damit ihr wisst um was es in der reihe überhaupt geht um mich herum sah die meeresoberfläche aus wie flüssiger goldstaub die zeichnung auf aris brust schien sich direkt aus dem goldenen wasser seine haut hinauf zu schlängeln magisch wunderschön und unfassbar anziehend er schüttelte sich das wasser aus den haaren atmen sagt er mit einem leisten lachen das bisschen sturmflut ella ist fest entschlossen sich ihren cornwall urlaub in grannys cottage nicht verderben zu lassen also jedoch einen vermeintlichen surfer vor dem ertrinken rettet ist in ihrem leben plötzlich nichts mehr wie vorher denn der geheimnisvolle aris stammt aus einer ganz anderen mystischen welt ella stürzt sich in ein abenteuer voller wunder und schrecken nicht nur ihr herz gerät dabei in höchste gefahr ich finde das klingt alles so so schön ich will die reihe ja schon so lang lesen also wenn ihr jetzt sagt du musst die unbedingt lesen dann stimmt mal bitte für mehr des klünen ab buch nummer eins by the way buch nummer zwei wäre dann springstorm wie was am wochenende genannt haben eigentlich für alle anderen aus deutschland spring storm blühender verrat von marie grassoff ich finde das cover immer noch unheimlich hübsch also marie macht einfach wunder wunder wunderschöne cover ich finde hier auch das zu spicy noodles mega also das cover ist einfach mega ja wenn man einfach talent hat hat man talent ich habe wie ihr seht die bücher büchsen edition das habe ich euch ja schon mehrfach gezeigt und erwähnt und jetzt lese ich euch mal wieder den klappentext vor an der academy of cosmic powers werden nur menschen angenommen die nach einem meteoritenanschlag besondere fähigkeiten entwickelt haben und dort lernen sollen ihre macht sinnvoll zu nutzen als cora den aufnahmetest besteht geht für sie ein traum in erfüllung denn offiziell hat man bei ihr nie eine cosmic power nachweisen können doch der traum wird schnell zum albtraum einige der studierenden sehen sie als ein training so auch die mutige und selbstbewusste king die alles verkörpert was cora gerne wäre sie ist talentiert schlagfertig zielstrebig und die mächtigste studentin an der akademie ausgerechnet zu ihr fühlt sich cora hingezogen aber king macht ihr schnell klar dass sie nichts von cora hält als allerdings ein krieg zwischen kosmics und menschen auszubrechen droht ist zusammenhalt wichtiger denn je und cora und king müssen zusammenarbeiten können sie in anbetracht der gefahr ihre rivalität überwinden buch nummer zwei buch nummer drei kommt in ähnlicher farbgebung her luca und allegra vom drachenmond warack von der zauberhaften steffi hasse habe ich euch ja schon mal gezeigt wie wundervoll diese sonderausgabe ist und ich finde sie fast zu schade um sie zu lesen ich habe nämlich immer angst dass ich was kaputt mache oder dreckig mache oder 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 da ist noch ein der dunkelste fluch lesezeichen drin habe ich gar nicht mitbekommen dass sie das da reingelegt hat sie jetzt nämlich auch noch auf der messe signiert und ich glaube das bekommt einen ehrenplatz in meinem regal weil es einfach so besonders ist und so schön und da steckt noch schön das lesebändchen drin ich finde es aber viel zu schade zum lesen es ist so gestört ich weiß das ich weiß ich weiß dass ich ein problem habe ihr müsst es mir nicht sagen ich weiß ja aber ich erzähle natürlich jetzt noch zum abstimmen um was es geht maskenbälle und sternbedrohte familiengeschichten und verfluchte liebespaare kennt allegra höchstens aus ganz alten büchern aber mit der realität haben sie für sie nichts zu tun das ändert sich grundlegend als sie bei einem kurzurlaub am gardasee erfährt dass ihr hotel von nachfahren der capulets geführt wird anscheinend ist ihre fehde mit den montagus auch nachhundert jahren noch intakt als sie aus purer neugier die andere seite des sees erkundet beginnen sich die ereignisse unwillkürlich zu verdichten denn allegra grift auf luca montagu und damit auf ihr magisches schicksal das klingt so schön ich möchte es lesen aber lasst euch davon nicht beeinflussen also wirklich sagt mir ganz ehrlich welches ihr lesen würdet und nicht welches ihr denkt dass ich das lesen möchte bleiben wir beim drachenmond verlag denn buch nummer vier habe ich auch dort am stand gekauft aber ich habe es mir nicht am stand signieren lassen sondern auf dem blogger treffen da habe ich die liebe janina nämlich auch getroffen und ich finde dieses cover sieht so ein bisschen aus wie clary von den schattenjägern oder so ein bisschen der zweite band ist giftgrün das sieht auch mega cool aus die liebe nenja hatten sich auch gekauft aber ich dachte ich versuche es erst mal mit band 1 und dann schauen wir weiter ich muss mir abgewöhnen immer gleich ganze rein zu kaufen oder folgebände wo ich noch nicht mal weiß ob mir der erste band gefällt von inhalt und von schreibstil und co weil ich von ihr halt auch noch gar nichts gelesen habe das ist also ein absolutes überraschungs buch für mich und ich erzähle euch jetzt natürlich auch noch um was ist in dem buch geht ein neues leben und eine neue identität das ist es was katalea braucht um ihre magischen fähigkeiten zu verstecken nachdem ihre familie einem verrat zum opfer fiel was sie ganz und gar nicht gebrauchen kann ist alles der der junge mann mit dem einnehmenden lächeln und den grellgrünen augen hinter denen sich ebenfalls ein dunkles geheimnis verbirgt denn alles der ist ein hexenjäger dazu geboren um wesen wie katalea zu töten sie wäre die perfekte beute wenn dann nur nicht dieses verfluchte gefühlschaos wäre keiner von ihnen ahnt jedoch dass er nicht der einzige ist der die junge frau jagt buch nummer vier und wie immer werde ich euch jetzt mal alle bücher im schnelldurchlauf zeigen das erste wäre meeresglühen band 1 und 2 das zweite wäre springstorm blühender verrat das dritte wäre luka und allegra also quasi die romi und julia neu erzählen und dann hätten wir noch witches und hunters band nummero uno jetzt liegt in eurer hand mein schicksal liegt in eurer hand ihr dürft jetzt entscheiden welches der vier bücher ich lesen werde und dann schauen wir mal ob ich vielleicht dieses jahr noch ein weiteres von meiner buchmesse sub abbau challenge lesen kann ich fange wieder an dummes zeug zu reden in diesem sinne verabschiede ich mich bevor es noch bescheuerter wird und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten video wieder